Da frage ich mich natürlich, warum Zwerg drei Monate Sub ist und jetzt erst folgen muss. Merkwürdig. Aber ihr kriegt ja ein Deitschreuer auf, wenn du wahrscheinlich gerade nichts siehst, nämlich weil du Clubhaus siehst. Immerhin eine gute Map zum Anfang. Ja oder Sorti, ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder, das müsste ich mir fast in meinen Kalender eintragen. In den letzten zwei Wochen sah es ja immer danach aus, dass wir hier stundenlang rumwarten müssen und dann zu gar nichts kam. Jetzt haben wir schon mal ein Rank mehr als Anfang der Woche. Bei Anfang der Woche ist ja für mich mal die, zack, hat man gar kein Rank gespielt. Also damit gestern unranked war on point. Weil ich hiervon auch ausgehe, dass das Metro relativ kompliziert wird. Aus Gründen. 3 4 4 5 5 5 6 6 8 9 10 11 11 11 12 13 so kurz erlöst die zwei leute papa papa muss ja sagen ich vermisse ja schon bei nöck die claymore weil ich kann mit den granaten im grunde einfach nichts anfangen So, ist es easy sein? Ja. Ich bin gut. weil man halt nicht in die position kommt mit nö irgendwo leuten weg zu grenadieren weil das einfach konträr zu dem ist was ne kann ja das ist schon mal ganz nett die linke seite schon offen du hast den langen machen office ist clear einer sind storage ist down hier und einer war mit der es hältst du die camp gibt es kein camp also bandage spielt noch active vermeiden red stairs also nicht aber höchst interessant wie sie auf einmal beide instant gegen mich piken hat mir gefallen ja 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 Die Runde ist immer los. 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 Na dann. Ja. Ja. Die Runde ist immer los. 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 in der ecke war der ich bin armry drin bei den double boxen wir werden zwar gespottet von der ecke kammer aber es kann nichts passieren bei black box Das ist Memorial, Renne. Ist noch ein Desk schon. Kann auch einfach Ausrücke, Zeichen, Settings eingeben, dann weißt du das. Wir haben hier nämlich für jeden Scheiß Comments, damit ich halt einfach Fragen nicht beantworten muss, weil ich so faul dafür bin. Der Clip konnte nicht gefunden werden, das ist ja der höchst amüsant. Das ist mir bei mir so angezeigt. Guck mal. Nö, Clip geht. Ich staune, wie wenig Leute bisher den Clip angeschaut haben. Überraschend für mich, muss ich sagen. 87 finde ich schon echt makaber wenig. Candy, moin. Smutzink, wir werden es mal mit Rhys hatten, du eures, kleines, bösartiges, ekelhaftes Wesen. Das geht, Candy. Wir haben jetzt einen Puls, ne? Ich bin ein Rebelli, du bist ein Lappen, Alter. Das bist du. Ein Lappen. Wow, die haben einen Geforce mit der Dirt gemacht und das zweite nicht. Hm. Ich komme da durch. Verkery ist an den Stairs. Nach unten. Ja, das ist absolut clear. Und die haben auch nichts barricaded oder so. Keine Dropstars. Fake. Fake. Öhm. Oben ein Masterbird. Wo ist einer? Gott, von oben. Ach du, ich verwarte, der Wecky war. Nichts ist. Der Weg ist bei Boxes unten. Bei Asnet. Der Wittschuhl hat. Ja. Anhand. Was? Der Puls hat 10 AP. Ich habe Echo. Ich habe Blue Down. Also, ich bin Onside, ne? Einer ist Boxes hinten. Dummies. Ja. Tuti, dann kommt doch mal ran. Hier, ich habe Church noch. Vereilt euch vielleicht mal. Ach so, ja. Dann, ich gehe jetzt runter, bitte. Er rennt durch. Er ist Onside. Er ist Oipid? Du meinst, er ist Oipid? Bakery ist Injured. Ist Down. Ok, ist Down. Jetzt hätte natürlich keiner nach hinten. Wünscht nicht. 75. Hast was gedroppt? Habt ihr die Kitchen Hedge aufgemacht? Durch Kitchen ist gedroppt. Ich habe Blue. Der Mitchell kommt über Dropper. Ich verstehe gar nicht, was da gecaught wird. Ich gucke gerade Blue. Pass. Blue. Blue, tot. Ah, ist in der Tür. In der 10 AP. Ja. Pass. Schön. Das dürften wir auch gerne mal ordentlich gewinnen, das Teil. Das wäre nämlich ein schönes Ding für YouTube. Muss ich sagen. Zweimal einfach Onzeit geschlichen. Hat mir gefallen. Zwei. Gib mir mal weg, Reed. Ich weiß nicht warum du das spielst hier. Zwei. Gib mir mal weg, Reed. Ich weiß nicht warum du das spielst hier. Alter. Der hat einen Puls. Ja. Will ich mal anmerken, ist der Puls blind. Der Puls hast du doch als letztes auch getötet. Habt ihr nicht gesehen, Alter. Ich kannte das Setgi denn nicht. Keine Ahnung, Alter. Achso. Der sah für mich irgendwie scheiße aus. Keine Ahnung, was das war. Das Bapu war erstört hier unten. Man soll mal das Wire hier wegnehmen. Wenn auch immer das an den Mainz gehört. Legt das hier hin oder sowas. Blue zu Church. Ich hab ja. Kannst du noch eine Rotation hier rein machen? Von Blue zu, oder hier? Wofür? Irgendwo. Kitchener 2 sehe ich nichts. Die haben glaube ich ein Schild. Ja, die haben ein Schild. Die haben Montagne. Gehen die über Garage dann? Wahrscheinlich. Nö, nö. Montagne ist irgendwo Kitchen Mainstairs. Ja, Blue. Blue Hedge. Zwei Blue. Drei Blue. Okay. Thatcher. Ja. Gehen wir uns echt fest? Ja, die machen Blue Push. Bzw. Jabo. Moin. Ich halte Blue quasi von dort. Deathpad mein. Sophia und Blue. Sind jetzt Bar drinne. Machen Kitchen auf. Ist Kitchen offen? Nö, wird gleich gebreached. Oh. Montagne ist jetzt Blue drin, ne? Shit. Ich hab das Hedge an den Mainstairs. Was? War die Memorial Hedge? War die Memorial Hedge offen? Nö, Montagne. Nö. Jo. Alter, kann das mal? Gut. Alter, Blue. Dead. Sophia, was? Ja. Die Bahner Mainstairs. Was? Was? 80 AP? Wenn's halt lustig, wie der Montagne da hinkommt. Die wollen mir erzählen, die können Montagne einmal über die ganze Map laufen mit dem. Warum piekst du denn dagegen? Ich hab' nicht gesehen. Warum piekst du denn dagegen? Ja, aber warum piekst du denn dagegen? Warte, ich hab' doch gekaut. Die ist Mainstairs. Guck wo durch, guck wo durch. Hm? Wo? Hinter der Bombe auf B war so ein Armory. Also sie haben einen Mainstairs und einen Armory. Und der Armory hat den Infusor, der plantet. Ja, der plantet jetzt grad. Ist doch kein Bane. Push durch. Sauber. Eine Ehre. Ich frag mich, ob du jemals eine besessen hast. Candy. Aber ist halt lustig. Der muss ja denn vom Blue, der Montagne, komplett durch Church oder durch Armory komplett durchgelaufen sein. Also er war ja vorher bei Double. Oder Dummy. Nennts er auch jetzt schon, ne? Muss ja den kompletten Hallway durchgelaufen sein durch Church, um denn neben mir stehen zu können. Da frag ich mich, wie geht das, dass man in der Zeit ihn nicht weggeknallt hat? Was ist das? 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 Ja ich erzähl, lass mal Einer kommt jetzt launch Einer garage long Launch Und 90 short Jetzt der garage Window short Einer garage Egal ich erzähl doch schon Ist immer noch auf Position Immer noch beim window Die IQ Nicht nach Peaking up setze Die ist immer noch auf short Ist jetzt bei der rotation Auf short Ist durchrotiert Ist hinter der Bombe In CC Die IQ Also habt ihr einen Construction Und einen CC CC ist der Diffuser Der back Der plantet Hinter der Bombe Schade Also die rotation Ist auf allen fälle super gemacht worden Find ich gut Markmann 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 Auf Ein Schade Klischen St protog Okay Schade Entschwade Schade Die Plane Schade 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 Juckt mich nicht, muss man halt den Drohnen gar nicht hinstellen. Rappling voran an Breach, also an Breach. Kapital ist tot. Einer macht Upside-Down-Rappling bei der Garage-Door. Wir haben einen und eine Launch drin. Ich weiß gar nicht, wie die so einfach in einen Launch reinkommen. Oh, sorry, einen Charge-Rack damit. Immer noch Upside-Down-Rappling bei Garage-Door. Einer Launch, eine Sophia. Sophia wird mich gleich schön dazu holen. So, eine Launch. Auf die zweite. Die kann ich büchen. Nice. Okay, immer. Danke für dein Follow. Immer noch Upside-Down-Rappling bei der Garage-Door. Einer ist in Stockholm. Office, glaube ich. Ja. Abgesagt? Upside-Down-Rappling ist weg, jo. Construction haben sie auch gemacht. Office. Okay. Okay. Push construction. Pass. The window. Einer ist am CC-Window. Okay. CC-Window out-Hit. CC-Window out-Hit. CC-Window out-Hit. IQ hat die übelsten Hits. Oh, so viel hat mich. Pushed in so einem Stock schon. CC-Window. Einer ist auf die. CC-Window. Auf die letzte. Boah, bin ich kacke gewesen. Gute Leute, folgt mir auf Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch. Nur zwar in dem OGA-Link. Man.